Musik Hier in Hamburg. Und einige Leute sind schon da. Schaut mal. Ich bin der Beschützer der Tiefe. Das war eines der besten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich mag sowieso DC-Filme ganz gerne, den jetzt einmal vorab zu gucken war natürlich ein Highlight. Hammermäßig gemacht, uns hat es gefallen, viele Emotionen, ich hatte auch Tränen in den Augen. Die Geschichte war auch sehr toll. Starke Charaktere. Sexiness. Ist ein guter Film. Er hat uns echt so von den Socken gehauen. Jeder sagt so, das war cool, hast du das gesehen und so, also jeder war voll Flash. Schöne Frauen, schöne Männer, das ist ein mega geiler Film, wirklich unglaublich gut. Vor allem mit der 3D-Brille nochmal, alles kommt einem entgegen geflogen. Man hat gar nicht gemerkt, ist man jetzt über Wasser, ist man unter Wasser, diese Übergänge waren flüssig. Irgendwie wird man mitgenommen in eine andere Welt. Die Leute, jetzt geht es aber erstmal schön zur Afa-Schuh-Party. Atlantis hatte immer einen König, jetzt braucht es mehr als das. Was wäre größer als ein König? ein Held. Ein Held. Ein Held. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020